die Tore war gerade komplett am Arsch was sagt man dazu getrug Kappi getrug nimm mal die AK nimm mal das AK geschenk was der hat da das geschenk wo die AK ist da zieg scheiß los mein Bruder das war nicht so abgelegen landen also wir können schon ein bisschen defensiver landen aber jetzt nicht da wo die Tore nicht ist ja dick aber das ist doch kompletter Betrug wo die Zone halt schon wieder war ne ich bin ich bin von Lucky ich bin von Lucky ja ja ich bin von Lucky ich bin von Lucky ja 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 nirgert ich habe natürlich ich hätte ich hätte richtig viel hier Schlauer Daniel was er will wagerfreundlich ich bin komplett drauf Digga Flower Daniel ist nicht eingespielt Lass mal zu... Hellraiser Hellraiser das hier Hellraiser Gaming da gibt diese geheime Chess Wo ist die eigentlich Moritz? Weißt du das? Ja, ein Kerl, ein Bruder Keller Ah, Grafik ist am Start Die leuten halt tausend Leute Digga Ich hab nur Weapons Ach ja, EZ, Alter Das ist einfach Lamm Also ob du halt... Was für eine Sniper hast du? Welche Farbe? Gut, ich hab eine goldene Ich dachte schon, dass genau das gleiche... Was hast du noch dazu bekommen? Äh, ne, ne, da hast du doch nicht das gleiche bekommen Oh, es gar nicht schmeckt Ich komme jetzt einfach zu dir, okay, mit Rift to go Trotzdem Ich hab kein Bock gegen 20 Leute allein Hast du Schild für mich? Oder liegt ne blaue Pumpkin? Liegt ne blaue Pumpkin? Schmeckt? Ne, doch nicht Das ist ne blaue AR Ich hab ein Scar Ein bisschen Oder liegt da eher Moni nice Wie viel Schuss? Wie viel hast du? Jetzt hab ich 58 Vorher hatte ich auch 44 Äh, Junge, guck dir mal mein Leben an Was soll ich da pushen, Junge? Ich brauch jetzt mal Schild Ah, die haben halt locker schon diese komische vorgeöffnet Lass mir die, lass mir, ja, 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 lass mir die, dann krieg ich vielleicht Schild Ach, geil Jetzt So, okay Jetzt wurde der Hase Jetzt musste so diese Mucke von Apo-R-E-D-Komm Na gut, wen, ich hab nen Medi-Kit Oh Einer, einer hat schon Einer hat schon diese Truhe geöffnet, weil der hat Rocket Launcher Ja, aber man kann aus der Truhe kein Rocket Launcher bekommen, so Affe Das heißt, er muss ihn Jetzt lädt Toadie mich ein in Party Ne, lass zu zweit spielen Nein, man kann ja seit dem Update Ja, man kann ja nur noch aus Loot Drops bringen, aber er hat ja, es gibt ja jetzt in dieser Zone noch keine Loot Drops Und deswegen hat er den aus der Jazz bekommen Verstehst du jetzt? Ne, du bist wahrscheinlich nicht schlau genug Gut Äh, ja Hä, wo sind die denn alle hin? Hä, wo sind die denn alle hin? Hä, wo sind die denn alle hin? Äh, ja Ja, gute Sache Ich hab ihn gesniped einfach Junge, der Rocket Launcher Gold Der hat ne neue Pump Gun Ja, lol, Digga Bruder, sein Loot Sieg dir die Hä, ich muss erstmal gucken, ob er vielleicht doch Rockets hatte Sehr im Ehrenland-Move von ihm Oder, hä, Digga, der hat halt nichtmals Raketen für den Rocket Launcher mit Dann bleib ich bei Sniper Dann bin ich deinteressiert Oh, Ehrenmann, Digga Ehrenmann, Digga Warte, ich bin unterwegs, chill Chill, chill Chill, chill Und was ist denn da gar kein Riftes bei Jörbörger? Und 200 Metall, der beim Automaten wird zu bauen 300 Ich hab nur 210 Ja, chill Ja, ich hab ihm so gesniped Aber der Typ ist natürlich mal wieder so ein Honk und hat schon die Rockets leer geschossen Ich hab den Rocket Launcher jetzt nicht mit, ne? Ich mein, ist sowieso ne Noobwaffe Brauch man keinen Switch hier Und wenigstens sterben wir jetzt mal nicht an der Zone Ich schau mal den Ehrenmann, wo Junge Äh, ich kann dir was droppen Lass an Tilti vorbei Lass an Tilti vorbei Sind die Gegner? Und chill Kommst du her? Ich hör' Gegner dahinten Siehst du Richtung 319 Einer hat Sniper hit Da vorne einer Da vorne einer hat Sniper hit Also links ist noch einer Nicht wundern Ich hab einen gesniped Ehre genommen Da vorne ist ein No-Skill, der hat ein Sniper hit von mir .. Ehre brauchen ich selber, wenn ich ehrlich bin schon wieder so klausel von der städtischen die können nicht so viel leben ja ja weil ich hier die sniper hit reingedrückt links ist auch weiter links ist auch weit ich habe auch nicht viel oder hast du kannst mir auf uns wird noch von oben auf dem werk wie ich den typ nicht treffe da oben ist der losgehen immer noch und du kannst doch nichts von uns kann es nicht sauber ich habe genau den gleichen Moment geschossen ich habe ich habe gerade so ein Babaschneid getroffen ich habe ich bin tot von der Sonne Digger, ich hab aber ein Mediket. Ui! Vorho, Vorho, Vorho. Ich hab Gleiter. Ehrenmann-Aktion. Oha! Was heißt? Sobald er jetzt hochgeht. Aber ich glaub, ihr seid genau identisch mit der Zone. Reicht, Elfe. Reicht, Elfe. Ich hab Sniper weggelegt. Ja, kann ich den jobben. Ich brauch keine mehr. Ich kann hier aber jobben. Ja, ja, kann ich sprechen. Ich kann nur gleich ein Mediket in der Zone. Jung, meine Snipes. Meine Snipes, gerade. Ja, was ist das für ein Leg? Ja, ja. Ja, ja, das ist, weil ich die ganze Zeit drin und draußen war. Ja, hier unten ist ein goldener Automat. Ich hab den Rocket Launcher nicht mehr. Was ist das? Komm, ich gönne hier das Lagerfeuer einfach. Da muss ich das Mediket nicht verschwenden. Kannst du mal gucken, ob vielleicht da hinten in dem Automat ein Sniper drin ist, in dem goldenen. Ja, da ist eine drin. Für was ist da die Sniper? Ja, gut, gar nicht mehr. Gut, dann werde ich mir jetzt wieder eine. Jetzt, äh, was soll ich mitnehmen? Ein Mediket oder eine Sniper? Ich nenne die Sniper einfach mit. Bruder, AR-Monie brauchst du? Lila eine Scheibe. Guck, kann man leichter Headshot und treffen. Na, den einen habe ich auch gesagt. Ich weiß, es war viel mehr. Äh, 만들, Bruder, Bruder. Bruder, 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 Bruder. Bruder, 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 Bruder. jetzt habe ich 149 Läger Schleifern und Brustlangen alle Läger und Wett ja auf ihn wird geschossen warum ist denn sowieso von wo aus wird auch dich geschossen du kannst auch editieren bei der russi hat das auf zwei belegt aber gestetig ist immer so close hat effekt gehitt wird ich gehe jetzt pushen internet ich kann doch wieder zurück ich habe zwei jahre ich wurde in der luft gekillt das scheiße ich dachte ich dachte man kann einmal röcheln hier ist es scheiße ich konnte jetzt noch nicht und gelungen es geht halt einfach nicht moment ist schon Warte, ich hab ein Land, das sieht mega schwindelhaft aus, warte. Ist mir egal, kann auch noch welche einladen. Wo ist er? Oh ne Digga, bitte ich bin in der Mode scheiße. Für welche? Hochexklusiv. Oha, in dem bin ich richtig gut. Sag Effe, ich spiel, also ich spiel dir noch mal ne Solo, äh Duo und dann kann ich nur ein Exklusiv mit ihr spielen. Digga! Moritz wird vielleicht spielen, ne? Ja, was ist mit den Nahen, Digga, Moritz? Guck, ich hab siebener Sensei eingestellt, ich dreh mich richtig hardcore schnell. Schon komisch. Ich stell das... Ich hab damit gar kein Ehen, Digga, ich brauch meine Sensei, aber wenn ich bei Moritz siebener einstelle, das ist übel schnell. Plan, wirklich. Hey, wer ist das? Ich hab's hier. Dreh mich. Wenn ich den Tanz gemacht hab, bin ich nieIN. Ich hab's hierhin schon mal in der Messe gemacht. Und Du jeden Tag auch immer in der Messe kaputtst. Weil ich bin nicht nirgends. Aber ich bin nicht nirgends. Ich bin ja immer und ich bin ganz nirgends jetzt. oder ein nach guckt zu er schreibt aber nichts mit guter war den stimmst du ich finde auch übrigens nach kann es auch mal abchecken ich fühle mich auch ich habe euch zu mal auf twitch Was spielt noch? Fortnite! Was ist Moritz? Nochmal! Hier! Junge, Moritz meint gerade so, was spielt ihr? Ich so, Fortnite! Ehre! Ja, genommen. Der Fienden ist schon besser. Ich spiele normal auf einem 7er, weil dir ist 7er schon so schnell wie 10er bei mir. Du! Was für ein Fienden spielst du? Was? Wohin! Wie hast du mit 9 Ains? Spielen wir... Spielen wir... Spielen wir hoch explosiv? Herr Bruder, ich habe nur einen Granatwerfer. Ja! Ja, gönnt ihr. Marc, Junge! Ich hasse diese neue Waffe. Die ist so scheiße. Das ist einfach geschützt. Oh, ich hab ne Tech. 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 Er ist noch nichts. Wenn nicht zu please. Komm, lass mal hoch explosiv zacken. Ich bin so verdrängt. Hast du ein Ladekabel? Die spielten vielleicht mal eine Viertelstunde oder so, meine Ohren sind zu warm, die... Ist doch schön, oder? Ähm, bitte mal nicht auffüllen. Danke. Hä? Ja, hast du. Chill. Ach ne, Digga, ich hab keinen Bock auf irgendwelche Bob. Oh, Bruder, offene Division ist drin. Komm, lass offene Division zocken. Komm, ein bisschen Schwitzer. Ja. Äh, ist das... Nee, das tiltet einfach. Ey, Burgos, ist das okay, wenn ich ein bisschen länger als eine Runde spiele? Ja. Jawoll, wir wollen offene Division spielen. Komm, lass versuchen, 10 Punkte zu holen. Mein Rekord ist offene Division 8 Punkte. Ja, eine Runde spielen willst du nehmen. 6 Minuten am Mose-Sompe. 6 Minuten am Mose-Sompe. Wir müssen Schwitzer-Mode anmachen, okay? Lan. Komm, wir holen... ich hol Moritz jetzt die Auszeichnung. Welche Auszeichnung? Diese für 5 Punkte. Ja, Leute, ich wünsch wieder eure Lan. Ja. Ich glaub, du weißt, was ich tust. Nein, Digga, du guck Trimax. Lass mich! Nein, Digga, du guck Trimax von mir. Das ist nur Großonkel, Digga. Mann, Bruder. Ich bin dann schon, Digga. Ich weiß ja, warum die Densitum-Mode so hoch ist. Warum? Läuft bei dir wohl nicht? Ach, Lazy? Geil. Ja, Moin, einer markiert Lazy. Ich dachte, wir gehen Lazy, jetzt gehen wir Paradise. Ja, Moin, einer markiert Lazy. Ich dachte, wir gehen Lazy, jetzt gehen wir Paradise. Geil. Moritz hatte gerade in einer Runde hochexplosiv, hatte er zwei Lamas entwickelt. Ich bin... Ich bin alle scheiße. Hast du PS Plus, äh, Moritz? Moritz? Der Moe ist rich. Der Moe ist rich. Der Moe ist rich. Ja, Bruder, ich hab keine Warte, ich bin noch nicht mal gelandet. So, by the way. Goldner Rocket London. Not witzig. Flick. 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 Boah, da ist das nicht cool. Guck mal, Bruder, der Conrad Bridge, der klärt hier alles. Ah! Fuckin' these. Fuck. 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 Oh, Junge. Wetten wir... wieder es gilt rage quittet der spaß hat sich selbst so gebracht das ist ein rotes kinder der färbel ist wieder da hey jung warum bist du geliebt er hatte keinen Bock mehr auf die Runde wartet schön ich bin in die Runde zu hören ich bin in die Runde zu hören Das war's. So, kletter doch nicht zu mir, du Horn. Jetzt sieht der, wo ich bin. Nö. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ja, ja. Ich muss nachladen. Ich bin jetzt tot. Ich muss nachladen. Bruder. Ich muss nachladen. 20. Top 10. Top 10 auch. Ich hab... Nein, nein. Das ist ein Snobby. Aber was? Es kommt welche mit nach Snobby, hab ich das Gefühl. Ah, nee. Die gehen... Die gehen Wikingerdorf. Lord, was hast du denn für ne Landung? Ich glaube, wir sind keine gelandet. Wurz guckt dir irgend so ne Scheiße, Alter. Deswegen soll du... Moritz guckt mal einfach sein Stream. Moritz guckt mal einfach sein Stream, bitte. Danke. Ja. Das stimmt gerade. Soll ich mal mein Lied sagen? Grüner eher blaue Pump. Soll ich mich gerade auch gefühlt? Ich hab mir gerade auch noch ne Schal gedacht. Bruder weiß ich doch nicht, Digga. Nicht so oft. Aber wir spielen Safe, okay? Also jetzt nicht so... Jetzt nicht so fahrt rein. Moritz guckt dein Stream. Ey, Effer, ich hab ein Mini für dich. Hast du? Krediten, hier sind's Pleiter für dich. Hm, naja. Du weißt ich doch... Ich weiß nicht, meinst du überhaupt nicht. Ich hab doch gesagt, du sollst ihm nur zugucken. Ich hab nicht gesagt, du bist ein Killer. Krediten-Deko. Wenn du dir den Wego... Ich zieh dir den rein. Slow life. Ah! Da kommst du mit deinem... Da kommst du mit deinem... Nein, ich war einfach... ...gerade aus. Hey, der...